Aus den Psalmen und Lieden unseres Vaters, des Propheten und Königs, der Segen sei mit uns heilen Namen. Dort hin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, wie es Israel geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen. O Herr, sei uns gnädig und erbarbe dich unser und mach uns würdig, dein heiliges Evangelium zu hören. Die Lesung aus dem Evangelium nach dem heiligen Johannes, dem Evangelisten sein Segen sei mit uns heilen Namen. Das Baschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie und die alle aus dem Tempel hinaus. Dann zu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische schließt er um. Zu den Tauben entlang sagte er, Schaf das hier weg, Mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Magthalle. Sein Jünger erinnert den Sieg an das Wort, der schrieb, der Eifer für dein Haus und der Eifer für die Schafe und die Schafe und die Schafe.